Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Sonja Kraus und ich habe das große Vergnügen, den 67. Office-Kongress 2019 moderieren zu dürfen. Der Office-Kongress, das ist das Jahrestreffen aller professionellen Assistenzkräfte und Office-Kräfte. Was Sie erwarten dürfen? Natürlich exzellente Speaker, aber auch Networking und Best-Practice-Austausch beim Abendprogramm, den Besuch des Musicals Der König der Löwen und Experten-Know-how für die Anforderungen in Ihrem Job. Die Themenpalette ist vielfältig. Was bedeutet die Datenschutz-Grundverordnung für mich? Welche neuen Apps und Office-Tools gibt es? Aber auch, wie gehe ich souveräner mit den Veränderungen meines Jobs um? Und wie arbeite ich effizienter? Verpassen Sie dieses Event nicht. Nehmen Sie neue Ideen, Impulse und Motivation für Ihre Arbeit mit. Und am besten, Sie sichern sich gleich schon Ihren Wunsch-Workshop, denn die Teilnehmerzahl ist leider begrenzt. Ich freue mich, Sie im Juni in Hamburg kennenzulernen, persönlich zu treffen. Bis dahin, auf Wiedersehen.